Warnmeldung für alle, die täglich Wasser trinken. Leitungswasser in Deutschland hat sich deutlich verschlechtert. Ist das nicht nur Panikmache? Laut Wasserwerken sind die Messungen doch in Ordnung. Das liegt daran, dass die Grenzwerte in den letzten Jahren immer weiter angehoben wurden. Auf dem Papier darf also gute Wasserqualität stehen, obwohl zum Beispiel Hormone, Schadstoffe aus der Landwirtschaft oder Medikamentenrückstände nachgewiesen wurden. Na toll, also doch wieder teures Wasser kaufen und Kisten schleppen? Muss nicht sein. Mit einem Filter von Arctis-Quelle wird aus deinem Leitungswasser wieder frisches, ganzheitlich gesundes Trinkwasser. Ohne Schleppen und ohne Festwasseranschluss. Stattdessen Wasser, das deinem Körper wirklich gut tut. Durch sieben Stufen Septatec-Filtration wird's frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen. Puh, aber so ein Filtersystem ist doch bestimmt super kompliziert, oder? Im Gegenteil, einfach Stecker rein. Schon gibt's Wasser auf Knopfdruck in deiner Wunschtemperatur. Und auch der Filterwechsel ist in zwei Minuten erledigt. Dein Gerät erinnert dich sogar daran und ist dank WUV Protect gegen Verkeimung und Bakterien sicher. Teste deinen Wasserfilter bequem zu Hause mit 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Jetzt in unserem Onlineshop bestellen. Ich falls aus dem Onlineot von den Sch några Romaner dasides mit dem Gewinnen undsta輪 instead. kein Erinnert Men. Ich tankahrt in den Herz. Erinnert mich was in diesem Online geezeit Dirt als immer noch ein Vernehmen, aber mich ist erschöpp. Dürfen muss Dürfen wenn General announce. Vielen Dank.